Sag mir, Bruder, wie viel Zeit hast du für Jesus? Sag, wie oft reist du mit ihm ganz allein? Oder bist du immer allzu sehr beschäftigt? Und kannst dich seiner Nähe nicht erfreuen? Hast du wirklich keine Zeit? Oh, so bitte keine Zeit. Bruder, hast du wirklich keine Zeit, dich von Herzen, Gott, zu nahm? Du hast so viel Zeit für viele andere Dinge, doch für deinen Heiland hast du keine Zeit. Sag, willst du nicht einmal wirklich Zeit hier nehmen? Ging es für dich zu spät in Ewigkeit? Ging es für dich zu spät in Ewigkeit? Hast du wirklich keine Zeit? Ging es für dich zu spät in Ewigkeit? 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 Seine Zeit, oh, so zum Beten, Seine Zeit, oder hast du wirklich keine Zeit, dich von Herzen Gott zu nahm.